Ja, und herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Weiter geht's zur Ausgrabungsstätte. Der Tracker ist ruhig. Nichts zu sehen, nichts zu hören. Aber alles ist irgendwie ein bisschen schief. Das da drüben sieht interessant aus. Der kann auch nicht hin von hier. Alter, Alter. Das meine ich da drüben. Ich suche die Ausgrabungsstätte nach dem Menschen. Irgendwo da drüben ist was. Ich will gerne jetzt zuerst mal das hier drüben anschauen. Ich glaube, das ist so etwas ähnliches wie ein Geysir. Könnte man fast sagen. Ich würde erstmal hier unten kurz nachschauen, ob es was gibt. Was? That noise. Can you hear it? Yes. Is anyone there? What's going on? Doctor? Checking. Es ist ein Drill. So damn loud. Look here, do you see it? Ah, yes. It's the same on the other side. Any progress? We dig as far as the terrain is out. It'll take a while. Regis, come in. Status report. As for data, sir. We dug up another three cubic meters. The object exhibits remarkable structural homogeneity. All spectroscopic analysis shows similar results. Steel with tungsten and nickel alloy? That's right. With the addition of other common metals. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector. So we had it look beneath the surface. And? What did you see there? Uh, more of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters underground. Oh, I see. Oh, and furthermore, it's not a single object. Down below, there is an entire loot system. It's so vast that it's impossible to cover it all at once, either with a scanner or a detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those routes? Affirmative. I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I've confirmed my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the aeolian activity is minimal. Therefore, the material that has settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old. Which means these structures aren't even older. And what are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands? Oh, I can't give a precise assessment. Not yet. I'm asking for a rough estimate, Marit. Oh, well, then, I guess it could be hundreds of thousands, if not millions of years old. Hmm. Anything else? Yes. These structures almost certainly didn't fall through natural processes. Almost? Well, they don't look like anything I've seen before. And you know I've seen a lot, Monik. Also, I can't find any scientific explanation for this form. Could this be what the Alliance is here for? Oh, don't let me guess that. I really don't know. Uh, personally, I doubt it, Astrid Data. The more research we do, the more convinced I am that it serves no purpose at all. It's even hard to imagine, this could ever have any functioning. I can take a touch on the second floor. And the others, two. Eh, three. Hey, Coach. Hey, Coach! Kov, kann man uns hören? Wer ist es? Merritt, wir können dich nicht hören, verdammt! Was jetzt, Herr? Wir hören uns, und warten für die Interferenz zu passen. Entschuldigung, aber ich glaube, dass es nicht passen wird, auf sich selbst. Wir müssen uns ein Aktionieren. Was sollst du? Wir können Dragonfly als nahe der Campen als möglich. Du kannst dir gut wissen, dass wir nicht. Hm. Ich habe auch irgendwelche Interferenzen. Was den Funk anbelangt. Ich hätte gerne eine Taschenrampe oder sowas. Das Teil geht auf jeden Fall weiter in die Erde rein. 50 Meter mindestens. Und da unten gibt es einen ganzen Wurzelstrang davon. Was auch immer das ist. Ziemlich strange Struktur. Irgendwo da oben muss jemand sein. Vielleicht mal unsere Crew. Was? 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 Ah, da. Ein Buch. Ein Buch? Einfach ein Buch. Nee, nee. Doch ein Tagebuch. Geologisch. 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 Cross-Section. Measurements. These are Marriott's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Zoom. See life. Possibility of life? Deep in the ocean? We must focus on both water chemistry testing and geological drilling. Layers of sedimentary clay interspersed with blackish pet substance. Not geological. Not planetary. Millions of years old at least. Side bottom of the rock. FRG structure. Base. FRG structure. Base. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Wie kann ich das wieder schließen? Hä? Okay. Weird. Cosmo-Solidary Alliance. Cosmo-Solidary Alliance. Hauptsitz des Interplanetarischen Commonwealth. Raumfahrtabteilungssystem. Sehr geehrter Dr. Merritt. Als Resultat der letzten Interplanetarischen Konferenz möchten wir sie für die anstehende Expedition Obelisk 3 zum Astrogator ernennen. Ihre Fähigkeiten und Leistungen in früheren Missionen haben gezeigt, dass sie für die nächste Phase der Erkundung des Weltalls bereit sind. Wir würden uns über eine Antwort freuen, sobald sie von ihrer aktuellen Mission zurückgekehrt sind. Mit freundlichen Grüßen. General Pirxard. General Pirxard. Bewillenshabender Offizier. Raumfahrtsabteilung. Raumfahrtabteilungssystem. gut, ich drücke F f macht nichts das ist jetzt doof shit Okay. Ähm, wir sind uns gleich wieder. Ich glaube, das ist ein Bug. Ja, Moment. So, da bin ich wieder. Irgendwie schräg, dass das nicht ging. Ich habe jetzt mal noch hier ein paar Icons angeschaltet. Ist glaube ich besser. Kommt zwar schlecht rüber bei der äh, wie heisst's? So, fügt sich halt weniger in die Landschaft mit hinein, aber ist glaube ich manchmal gut, das zu sehen. So. Sorry, falls man vielleicht gerade einen Wecker gehört hat. Okay, ich weiss nicht, ob ich das so gut finde, wenn sowas angezeigt wird. Ich stehe das doch kurz nochmal um. So. Find der Merritt. Ihr Rucksack. Dem kann ich aber nichts machen. Shit. I found her. What's her condition? Marritt! Marritt! Wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Marritt? No. No, we're not all functions. What's going on? I need to... Fuck. Two. Three. Come on. Come schon. Come schon. Don't do this to me, Marritt. Don't. Please. Come on. Come on. Lift up. Marritt. Come schon. Thank you. Come schon. Doctor. Jasnah. No. That's enough. Enough. Merritt. Shit. Astrogator. She's... She's... I know. Doctor. Jasnah. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Oh, shit. Ein Kruel mit Glied schon verloren. Everything will be fine. All fine. Fuck. Ich hoffe, wir holen sie zumindest ab von hier. Auch wenn's nur... ...irre Leiche ist. Fuck. Fuck. What do you think? What do you think? Carvel. Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Okay. Unten ist Merritt, dass da oben ist Carvel. Oh, der... ...sollte Carvel sein, hoffentlich. Ich... ...alte. Wie's das hier aussieht. Okay, irgendwo hier vorne ist Carvel. Aber ich hab grad kein... ...Überblick mehr. Ich seh ihn, glaub ich, schon. Wie lange die Folge geht. Äh, von daher würde ich sagen, war's das erstmal wieder von... ...Invincible. Vielen Dank fürs Zuschauen und... ...das nächste Mal schauen wir... ...ob zumindest Carvel lebt. Ich hoff's zumindest. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020